Hallihallo, Hallöle! Willkommen wieder zur ZDF-Folge. Ähm, wie immer mit dabei der liebe Kleiss, der ebenfalls aufnehmen wird, also checkt auch mal seinen Kanal. Äh, denn ist dabei der liebe Puba alias Shorty. Die liebe Selene alias Dirty Let the Snitch. Hallo! Der Pain! Alias Arschloch. Der Tomek und, äh, ja, Böbel, DZP, Ecstasy. Mr. Rageman. Hi. Äh, was war jetzt mit der letzten Map? Also raus? Was ist raus? Ach du Kacke. Ach du. Ja, ich fand die gar nicht schlecht. Ja, war klar. Nein, du siehst genauso aus. Ich weiß. Bin Eno! Ist das so ein Teil? What the fuck, Tomek? Ja. Was ist das denn? Sie sehen alles. Das ist hier, die, die Figuren sind hier so. Alter, hab ich grad so heftige Lacks oder ist es der Server? Ja, ich glaub das ist der Server. Jetzt am Anfang halt noch. So, jetzt haben wir aufgedeckt wie Tomek im echten Leben aussieht. So hier, das, das ist Tomek. Hallo. Übrigens, Tomek sieht genauso aus wie Fleiß. Wow, toll. Nur halt in hübsch. Wow. Wow. Hab dich auch lieb. Ich will dich da jetzt nicht sagen. Hey, wer kommt da hinten an? Das ist ein Burby. Obwohl zum Burby passt das aussehen, ey wie der. Ich hab noch gar nicht angefangen. Na, Payne? Na? Keine Angst, ich pück mich nicht. Sonst sterbe ich. Okay, hier hat schon mal sein... Wer ist denn das da hinten? Dude, ey, ich sterbe! Payne! Nein! Ich leuchte sie nicht! Ich bin abgestürzt! Nein! Mal reichen jetzt aus. Alter, wo ist dieses Dreckschwein, Alter? Ich schieß dir so die Knüsse weg, Alter. Dort hier ist a safe call. Was? Warum? Was hab ich gemacht? Frag mich. Ja, was hab ich denn gemacht? Oh, hier ist jemand runtergefallen. Hallo? Was hab ich gemacht? Hallo? Hallo? Du bist nicht runtergefallen. Zu dir wurde... Weggeschnippert. Weggeschnippert. Ja. Weggeschnippert. Bei mir hat die Map wieder übelste Grafik Bugs. Zin wurde geschnippert. Hallo, Burby? Was hab ich gemacht? Ja, Shorty, was hast du gemacht? Erzähl. Naja, ich denk mal nicht, dass Burby... Ich denk mal nicht, dass Burby reden kann, ne? Ich hab... Ich hab ihn bis jetzt nicht einmal gesehen und er sagt, ich bin's. Au! Oh man, das ist gemein, ich häng fest, Leute. Ihr seid so scheiße. Irgendjemand hat mich vergiftet und das kann sofort gewesen sein. Was? Ja, nee, ey. Jetzt weiß ich warum... Ganz ehrlich, ich stand... Nee, das ist Kacke. Jetzt weiß ich warum... Ich häng fest, ey. Jetzt sterbe ich. Tschüss. Tschüss. Der wurde wohl für ihr vergiftet. Jetzt weiß ich auch warum Burby gesagt hat, ich bin's. Tomek! Aha, da haben wir doch einen Übeltäter. Wie ist der Kuba jetzt auch der... Ja, ja, wow. Übeltäter, ne? Du linke Ratte. Was hab ich denn gemacht schon wieder? Ja, weißt du ganz genau, ey. Ihr habt gar nix gemacht. Ja, 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 ja. Genau. Ich hab wirklich noch nichts gemacht. Ja, ja, noch nicht. Ja, richtig, noch nicht. Mhm. Du willst auch hier nix mehr machen. Außer vielleicht ne Kugel in den Kopf kriegen, ja. Warum nicht? Das ist aber nicht nett, ey. Naja, ich auch nicht. Ja, du bist ja auch nicht nett. Ja, ich weiß. Du hier auch nicht. Das ist richtig. Mach dir mal Gedanken. Nee. Nicht? Nee. Machst einen auf Ninja da oben, ne? Du Lappen, ey. Auf was mach ich? Auf Ninja. Auf Ninja. Warum soll ich denn auf Ninja machen? Warte, ne? Warum bist du denn jetzt da unten? Weil ich's kann. So kacke von dir. Na holl. Du ich doch gerade. Hörst du das nicht? Nee. Bitte mehr. Ja. Guten Tag. Ich serviere Kaffee. Guten Tag. Ich möchte aber keinen Kaffee. Ich möchte dich tot sehen. Ja, ich dich auch. Das ist nicht nett. Ich weiß. Du Sau. Ich wollte gerade sagen. Sag doch mal wo er ist. Ey. Ich versuche den Sniper die ganze Zeit zu Snipern. Oh, Tomek. Warte. Ich seh Tomek noch wie der oben am Jumpen ist. Ich so. Okay. Leichtverdächtig. Ja Tomek, das war voll scheiße. Ich ging fest. Alter. Nee, ich hab dich vergiftet. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Nein, hast du nicht. Nee, hast du nicht. Ja, okay. Es wird ja angezeigt wie ein vergifteter Tzp getötet hat. Also, getötet hab ich dich, weil ich auf dich gesnipelt hab. Vergiftet hab ich dich aber nicht. Achso, okay. Tomek macht das nur mit Ehre. Ich nehm nur normale Waffen. Ich nehm selten Traitor-Waffen. Ja, die Kacke ist wirklich, ich hing da fest, weißt du. Und ich dachte, das kann doch nicht angehen. Wer ist da? Ich kann dich überhaupt nicht weg, weißt du. Hallo. Außerdem, du bist aber hübsch. Das war schon gemein. Also, ja, das war echt gemein. Das war nicht nett, ne? Ne. Ne, du Arsch. Ich hab doch nicht schockt gar nicht. Aha, Börbel, warum stehst du da so verdächtig rum? Bist du im Traitor-Shop? Ey, Börbel, du hast mich nicht gesehen, oder? Börbel redet nicht mehr. Sorry. Ja, aber er hat mich eben nicht gesehen und einfach sofort ich bin's. Börbi! 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 Nein, du warst oben auf dem Haus. Ach komm, ey. Hallo, Börbi. Ja, ist doch so. Du warst oben auf dem Haus, hast dich auch teleportiert. Ich bin hier hinterher. Hab dich abgeschossen und bin wieder direkt durch den Telefon. Du Weichei, Alter, ey. Weichei? Hallo Börbi. Bussi, du Chantal unter den Traitor, ne? Geil. Ja, du kleine Jacqueline, du, ey. Keine Ahnung. Ich glaub, Börbi ist ein bisschen salty. Halt's Maul. Ich glaub das mit Rainbow Commode vergessen. Was? Was? Wo ist die Chantal? Na her, lass mich hier in Ruhe, ich bin eh nur. Nina? Was? Bist du Traitor? Nein. Warum hast du dann da oben rausgeschossen? Weil ich da eigentlich raus wollte? Ja, ja, ja. Aus dem Hochhaus, ne? Mh. Da ist ein Weg, du Arsch. Da kannst du überall gehen. Mh. 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 Hätt ich jetzt auch gesagt. Wenn ich, wenn ich äh Traitor wär. Ja, die auch. Die hätte das auch gesagt. Ne, die hätte das auch gesagt. Achso. Na Shorty, du Ratte. Na? Hey, wo bist du? Warum seh ich dich nicht? Aha, weil du ein Lappen bist. Macht ihr mal Gedanken? Warum liegt da Stroh? Warum hast du ne Maske auf? Ein Börbi hab ich gesehen. Hast du das? Ja. Ja. Ey, jetzt hör mal auf. Flay, es macht keinen Mist jetzt. Kupu! Ah! Nina! Haha! Geh weg, Nina! Wenn ich jetzt sterbe, ist es Nina. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Du? Nein, du? Nein, du? Nina, dir guckt doch so ne Waffe auf den Kopf. Ja, dir auch. Finde ich jetzt aber nicht freundlich. Ja, Nina! Börbi? Tomek? Äh. Nina, wo bist du? Okay, ich geh mal. Nicht da, wo du bist. Vielleicht? Sind wir denn hier? Fabian. Hey, Flays, wo bist du? Also Cindy weißt es schon mal, aber die kann dir nicht einfach. Das ist schlecht, ey. T-Bag. Wie viele Traytor seid ihr jetzt? Vier? Genug. Keine Ahnung, wie viele hier sind. Wieviel sollten hier sein? Eigentlich nur drei. Hatte ich gehofft. Soll's nicht hoffen. Domek Wie sieht es bei dir aus Mit wem fightest du da Börbel Komm zeig dich Börbel Und oben ist Der wahrscheinlich Gelaunt Gleis Gleis hat einen Hit Der hat ihm nicht geschmeckt Sehr schön Oh Nina ist bei mir Das ist nicht lieb Das ist nicht lieb Ich komme jetzt hier gerade mit mir weg Oh man Hallo Ja toll Hallo Alles gut außer du Ja schön Dann verliere ich ja Außer du schießt wieder mit Mellenlaunch oder so Und so wie ich dich kenne Machst du genau dieses Wollte ich nie tun Mhm Daneben Daneben Ah fuck Waffe alle Oh nein Oh nein Ich kann dir nichts mehr kaufen Und ich habe keine Waffe mehr Ja du gewinnst Ich habe keine Waffe mehr Vom Hausdach Vom Hausdach Wie denn wenn es Da Äh Die Dings Die Dings Die Dings Die Dings Das ist ein Hundert Wir sind ein Hundert Und dann Nein 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 Ja Nee ging nicht Intermeck! Was ist Intermeck? Was willst du denn? Nina, willst du mich verarschen? Du musst mich verarschen! 14 HP hab ich noch! Also hab ich dich getroffen, oder? Ey, ich weiß nicht, worauf man bei diesen Figuren schießen muss, ne? Ja, ich auch nicht! Ich hab einfach mal random drauf geschossen! Ey! Ich bin Cindy! Ich bin klein und doof! Was? Basti! Hör doch mal auf, euch jetzt gerade gegenseitig zu beleidigen! Ey, jetzt kommt noch Spaß! Ja, egal! Außer bei Cindy, da ist alles ernst! Alter, was? Warum? Deswegen! Wollen wir mal leisen! Wow! Was? Ja, bitte! Du bist es! Nö! Ich kann doch gerne zum Verweis weggehen! Warte mal! Dings, hier wurde gerade abgeschossen! Wer ist Dings hier? Wer ist Dings hier? Loll! Wer ist Dings hier? Ich hab keine Waffe hier! Wer ist Dings hier? Schotti, glaub ich! Alter! Birby ist es wohl, oder was? Ich hab nicht meine Waffe! Oh, wir haben doch gesagt. Fabian ist tot. Ich kann ihn grad noch nicht entfernen, weil ich keine Waffe bin. Wo ist er denn? Ja, hier vorne. Ich weiß nicht, wo das... Beim Parkplatz! Parkplatz? Also, Birby ist es und Fabian ist tot. Ja, genau wie Dings auch tot ist. Ähm... Wo war er denn? Wer ist er? Achso. Gott, wartet mal ganz kurz. Also... Flyce? Dann ist es Payne, oder auch, ne? Flyce? Alles klar, Nina, sorry, also... Nein, ich bin's nicht! Wo ist denn dann Flyce jetzt hin? Selin hat doch gerade gesagt, dass er abgeknallt worden ist. Willst du mich verarschen? Payne läuft da gerade unten. Hm. Da vorne liegen zwei Leichen und Payne ist da gerade weggelaufen von. Bin ich nicht! Bist du wohl, Payne? Das kann ich so nicht bestätigen. Bärbel? Bärbel? Bärbel war's, oder was? Ja! Okay. Hat doch Sly gesagt! Oh, Alter! Seh ich nicht! Ja, ich geh hier nicht weg. Entschuldigung. Komm raus! Sniper halt, ne? Hm. Achso, das ist Tomic. Entschuldige. Also ich... Wir einigen uns, du bist da hinten, ich bin hier. Ja. Und Bärbel war da irgendwo. Ja, Bärbel ist da vorne. Der ist tot. Achso, Bärbel hast du, okay. Ja, Bärbel habe ich. Wer ist dann der Letzte? Payne! Okay. Kann ich immer noch so nicht bestätigen. Hey, kann man mich mal erzählen, was du jetzt abgegangen hast? Bist du ja auch gern, Bärbel. Hä? Warum? Warum hast du mich abgeschossen, Alter? Alter, auf mich wurde geschossen. Ich dachte, du warst das. Du kannst ja nicht einfach auf ihn schießen. Wo heißt das? Ich hab jetzt einen Innocenten erschossen. Auf mich wurde eiskalt geschossen. Ich hab aus Reflex zurückgeschossen. Bärbel, die Runde ging los. Da wurde auf mich geschossen. Dann bin ich zu dir die Leiter hoch und du ballerst mich einfach weg. Ja, auf mich wurde auch parallel geschossen. Ich dachte, du bist es. Ja, ich war ja auch T, aber du warst auch T. Warum schießt du auf mich? Ich hab nicht auf dich geschossen. Du hast mich einfach umgebracht, Mann. Alter, was ist denn los? Alter, fängt schon wieder gut an, ey. Hier geht's schon wieder ab, ey. Wie in Ruanda. Schöner Aufzug. Ah, geil, ne? Bist du Traitor? Hey, beobachtet mich. Auf mich wird geschossen. Ich hab nicht mal ne... Ich hab nur ne Pistole, Mann. Ich hatte überhaupt gar keine Aufzug. Alter. So, jetzt kommt er. Wer ist das? Wer ist das? Hallo, Selinu. 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 Nein, ich scherbe. Du? Was? Tomek stirbt. Warum? Ich bin der Tischtenner. Tomek? Der kann, der kann, ne? Leute, Tomek ist tot. Wie? Tomek! Was tut mir? Er hat gerade eben gesagt, ich sterbe. Und jetzt redet ihr nicht mehr. Okay. Warum ist eigentlich Böbel schon verletzt? Er hat eben gerade gesagt, dass auf ihn geschossen wurde. Ich wurde geschossen. Zufällig von Tomek, ne? Weil du Traitor bist und ihn gekillt hast? Oh, Tomek ist Traitor gewesen. Tomek, du Ratte. Hä, ich hab grad gar nichts mehr. Böbi ist es. Böbi. Fuck, Mann, mein... Du bist dort für den Stoss halten. Okay. Das heißt, Cooper ist schon mal safe. Ich auch. Ich auch. Wer kommt da hinten hoch? Dann ist es nur noch zu dir. Dann in Ruhe. Hi, Nina. Direkt mal über den Dochweh dabei kämen. Ich hab dann doch auch ein ungutes Gefühl. Ich bei dir auch. Okay, die bashen sich da draußen. Die bashen sich da draußen, doch. Ich schieße auf niemanden. Ach, Payne lebt auch noch. Oh, stimmt. Das könnte auch Payne sein. Ups. Also, er hat zwar lang nichts mehr gesagt, aber... Payne! Schnucki! Also entweder Payne oder Selin. Wobei Selin hätte mich wahrscheinlich nichts töten können. Oder ihr, einer von euch beiden. Nee, ich bin's ja nicht. Ich auch nicht. Würde ich als Traitor jetzt auch sagen. Aber ich kann zu Traitor natürlich nicht reden. Nee, aber ich hab einen umgebracht. Er hat auch 100 Pro am Anfang auf mich geschossen, die Sau. Ja, und? Börbel hat ja auch... Ja, ich wollte gerade sagen, das hat aber nicht zu heißen. Ja, gut, aber ich bin nicht Börbel. Aber du bist Cooper. Safe zu sein. Ja, aber es war ja keiner bei mir und er hat auf mich geschossen. Und jetzt willst du heulen? Komm du hierher. Ja, komm du doch. Das ist derselbe Weg. Ich weiß nicht, wo du bist. Du hast ein Radar. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja, du hast ja ein Radar. Nee, nee. Ich bin ja nicht selter, aber du. Also, er macht gerade gar nichts, weil ich sehe ihn ja. Wer macht was nicht? Cooper? Du. Ich sehe niemanden. Wie kannst du mich denn sehen? Naja, eben zumindest hab ich dich gesehen. Ja, ja, eben. Ah, da ist die hier. Du bist nicht aus der Tür raus. Ah, ah, Selin. Ja, Selin, das ist Seth Call. Wo? Oben im Haus. Oben im Haus. Ja, du Ratte. Du Scheiße. Du Ratte. Junge, weißt du? Das ist doch. Also, für diejenigen, die es vielleicht interessiert und so. Ja, was hast du gesagt, Tomek? Er hat einen Mega-Monster-Lag. Oh. Ey, das ist bad. Ja. Fand ich auch scheiße, aber ist halt jetzt so. Ja. Guck mal, nix enden. Mann, Selin, du bist echt schon Lappen, ey. So ein Scheiß auf. Geh weg, eins. Du bist so ein Lappen, ey. Halt's Maul. Du hättest mich eiskalt in dem Scheiß-Shop killen können und du... Halt's Maul. Ich bin gerne, wenn du mir auf mich geschossen hast. Boah, ich bin zu Nini. Ich töte gleich Fabian. Egal, ob ich schwer bin oder nicht. Find ich jetzt aber auch gemein. Ja, stimmt. Hei doch. Was ist mit dir in der... Ich sagte, hi, Tomek. Und tue. Alter, Payne, hast du mich geschossen. Wow, 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 wow. Zwei verdächtige Personen hier oben. Zum einen, Tomek. Zum anderen, Börbel. Geh mal weg, ey. Ähm, es ist, es ist, es ist, es ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Payne. Ich bin's doch gar nicht. Boah. Abgeschmiert. Lol. Bei mir. Go. Nice. Danke. Ist jetzt eigentlich schon irgendeiner, äh, Safe Call Traitor? Du. Nö, kann ja nicht sein. Warum nicht? Weil bei mir in Ordnung steht, du Affe. Das kann ja jeder behaupten. Naja, bist du Traitor? Nö, du? Nö. Bist du dir sicher? Mhm. Selin, lebst du noch? Mhm. Bist du Traitor? Nein. Bist du sicher? Ja. Naja. Alter, wer ist dieser Kackspass da hinten? Oh, dieser Rage. Meow. Ey, Cooper. Cooper! Mach uns mal den Donald. Ja. Cooper, du, stirb doch! Bin tot, obwohl, ja. Geil. Cooper, das soll... Nee. Ja. Warte, ja. Äh, würde ich sagen, Runde vorbei. Runde vorbei, das war's jetzt erstmal wieder. Tschüss. Ich bin halt wieder. Ja. ının Nee. Du. 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 Vielen Dank.